Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich werde heute mit euch gemeinsam einen Versuch machen und zwar aus einem normalen Standrohr, was wir an Wasser abnehmen können. Es gibt die wildesten Behauptungen, ich habe Werte zwischen 400 Liter pro Minute und irgendwie 3000 Liter pro Minute und das weiß immer richtig keiner. Und ich habe jetzt hier unten eine 200er Leitung im Boden und gehe jetzt ganz normal mit 80er Standrohr. Der Durchmesser hier unten ist ja 80 Millimeter. Gehe ich jetzt hier, ohne irgendwas zwischenzuschalten, mit dem B-Schlauch direkt zu einem Wasserauffangbehälter und dort werden wir nach einer Minute das Volumen messen. Das heißt, wir wollen genau wissen, nach einer Minute mit der Stoppuhr, wie viel Wasser da hinten angekommen ist. Okay, los geht's. Auf die Plätze, fertig, los. Die Plätze, riesige worship Wagner, hochermaßen. Langeneig, bis zum機! Tja, das ist hier, bis zum機! Bis zum te See! Jaguarstmann, holl. Regie, wärmeren Sie, drei Minuten. Der Griff ist das, was wir noch machen. Und dann hat es ja auchkeit, was wir noch machen, weil wir noch machen. Alles, was wir noch machen. Nein, wirklich nur. Alles, was wir noch machen. Alles, was wir noch machen? Untertitelung. BR 2018 So, die Zeit ist um. Also nach einer Minute haben wir das Becken ungefähr zur Hälfte vollgekriegt. Wir messen jetzt mal nach, wie groß das Wasservolumen jetzt ist. Okay, weil bei einer Feuerwehr rechnen wir immer in Liter pro Minute. Eine Minute haben wir jetzt gerechnet. Wenn wir jetzt die Liter ermitteln, haben wir genau den Wert. Super, los geht's. So, Volumen rechnet man Breite mal Höhe mal Tiefe. So, das heißt also, wir rechnen jetzt mal die beiden Seiten aus. Und zwar haben wir hier, ich mal nachmesse, 2,20 Meter ziemlich genau. Mal, komm mal ruhig rum. 2,18 Meter, ja fast 2,20 Meter, würde ich mal sagen 2,20 Meter und tief ist es 22 Zentimeter. Ja, wir rechnen aus. So, die Formel 220 mal 220 mal 22 sind richtig. So, das rechnen wir mal aus. Ich kann sie mir nicht im Kopf. So, ich hab dich ja mal erstmal pausiert. 220, also 2,20 Meter mal 2,20 Meter mal 22 tief macht rund 1065 Liter pro Minute. Ja, wie lassen wir jetzt das Wasser ab? Ich würde es am einfachsten, man kann es jetzt mit einer Tauchpumpe machen. Habe ich erst ehrlich gesagt darüber nachgedacht. Aber es geht, glaube ich, noch einfacher. Schaut mal her. Ich denke mal, so geht es auch, ne? Also jetzt haben wir zwei B-Schläuche dran. Das Besondere ist, wir sind ja nur durch 81er Standrohr, ne? Das heißt, hier ist eigentlich der Trichter, sag ich mal. Und wir gehen jetzt hier gleichmäßig aber auf beide Seiten. Okay, Stoppuhr, startklar. 3, 2, 1, eine Minute ab jetzt. Möglichst schnell auf. Schauen wir uns mal vorne an. Das geht. Das geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020